Ja hallo Leute, wie man sieht bin ich heute mal wieder an Schmoro gelandet und das gibt es hier die Fastnacht. Besser gesagt ist heute erstmal Zampan, aber das Wetter ist ja echt beschissen. Jetzt fängt es auch noch an zu schneien, aber das tut der Stimmung keinen Abbruch. Ja da wollen wir mal hoffen, dass sie ihren Job hier richtig machen, denn schließlich soll mit dem Zampan der Winter ausgetrieben werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Ja, trinken ist wichtig. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 . . . . . .